Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, wir bewegen uns langsam aber in Richtung Ende des Spiels. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu Abby, die wohl gefangen ist mit Lev. Und vielleicht verzeiht Ellie ihr ja, aber sie hat uns auch leben lassen. Ich denke mal, wir müssen hier lang, oder? Ja, hier geht's lang. Okay, ich hätte auch einfach durchlaufen können. Hey, ich liebe diese Bombenpfeile. Aber wie rüste ich die denn nochmal aus? Muss ich nochmal bei Gelegenheit schauen. Was ist das? Maispflanzen? Ah, die behandeln die als Sklaven. Das heißt... Oh Gott. Erinnert mich ein bisschen so an Uncharted. Wie komme ich da rein? Oh. Hey Rattler, hier ist Mac Kenzie. Ich bin draußen, frei. Mein Mann starb, während er eure verdammten Tomaten pflückte. Wir sind nur ein paar einzelne Versprengte. Ich komme mit den anderen wieder. Eure Zeit wird kommen. Okay, das sind also Rattler. Ah, ich sehe schon, wo ich lang muss. Ja. Vorsichtig mit deiner Narbe, Ellie. Ansony. Ah, ich sehe schon, komm schon. Du schaffst das. Ein kleines Spielkumpel. Was sie nennt du? Ach, man spürt doch nichts. Ja, scheiß drauf. Ich habe Ihnen genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Wir sind die Kinder nicht gesunden, oder? Ansony. Ja. 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 Jetzt habe ich die Bombenpfeile. Ah, da oben ist auch einer. Ja. Ja. Da. Wie wollen die eigentlich vorhergesehen haben, wo der Pfeil kommt? Bam. Oha. Jawoll. Sauber, Ellie. Wie viele das sind. touch it. Jawoll. do jetzt in Da ist noch einer. Vielleicht kann ich den von hinten töten. Da ist doch bestimmt auch Munition, oder? Das fahren noch nicht alle. Oder? Die Bombenpfeile gefallen mir am besten. Aber das ist ja auch so in Zelda, so eine Bombenpfeile. Hammer! Okay. Lass es mal umsehen hier. Hier sind auch noch mal Pfeile. Alkohol. Das sieht nach Munition aus hier oben. So, da haben wir auch noch einen Molotow. Heilung. Gerne gesehen. Okay. Okay. Alles einsammeln, was gewöhnt. Was ist das für Musik? Was ist da rüber, oder? Ja. Wo ist das Haus? Da ist es. Scheiß auf alle die Arschlöcher. Scheiße, Hinterhalt! Ich glaube, das kann von dort! Ah, der Infizierte! Vielleicht ist hier jemand. Na los! Weckle! Hey! Ah! Weiter! Ich drück die ganze Zeit vier Eck! Oha! Ah! Ah! Ach! Leck mich doch! Da war ich mir doch ein bisschen zu siegessicher. Das waren doch etwas zu viele. Ich weiß halt nicht, wo ich mich verstecken soll. Ja, also... Das sind doch einige! Gede Infizierten... Lass ich das angekettet? Ah! 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 So! Der nächste ist weg. Oh, der Infizierte tut mir irgendwie voll leid Das ist wohl mal ein Pool, oder? Ja Ich hoffe, da oben sind keine Ich höre einen Klicker Was machen die hier mit denen? Der hat gesessen Das wird schwer Die sind wirklich schwer bewaffnet Mir fehlt ein Tuch An diesen Klickern komme ich nicht vorbei Ich muss den da oben treffen Bam Ich habe ihn nicht getroffen Treffer Bam So, der Nächste ist weg Von den Infizierten brauche ich Keine Angst zu haben Ich habe doch hier Ah, verdammt Wie soll ich die denn treffen? Der ist tot, oder? Nein, der lebt noch Oder? Komm raus da Okay Nachladen Stirb endlich Oh Gott Heilung Immer gut So, ein Midi-Pack Ganz, ganz wichtig So, noch Munition Eine Flasche Bombenpfeile Bombenpfeile Hallo Hast du noch Munition Bei dir? Ne, aber kreppernd Jo, geh Ah, ja Hey, was war das? Ich höre Sie einen! Hier drüben! Vorwärts! Verdammt. Bitteschön. Scheiße. Da und da oben ist noch einer. Ich habe aber nicht viel Muni mehr. Da ist noch einer. Könnt ihr auch jetzt mal... Wahnsinn. Da kommt wieder einer runtergelaufen. Seht ihr das? Okay. 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 ich habe vier gedrückt müsste aber gespeichert bleiben zum teil weil ich relativ viele schon getötet wenn ich dann also drei sind da wohl noch ja Gah! 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 Ich hätte gern Munition. Das scheint es gewesen zu sein. Oh Gott. Oh, diese Bombenpfeile, die fetzen schon. Oh, die tun mir voll leid hier. Geht das? Eigentlich will ich ja keine Munition verschwenden. Aber... Die tun mir voll leid. Da löse ich euch wenigstens. Ruhe in Frieden. Okay, da oben scheint doch noch einer gewesen zu sein. Oder nur, wenn ich vom Klicker entdeckt wurde. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein, aber... Zack, Bombenpfeile haben wir hergestellt. Schön, aber ich bleib bei der Schrot. Oh, hallo! Oh, hallo! Widersinn! Wo kommen die auf einmal wieder her? Oha! Wenn du mich töten willst, dann mach doch, wenn du dich traust. Alles klar. Bitteschön! Gehe kein Risiko ein. Irgendwann waren dann auch noch Snacks. Ja, da vorne. Aber eigentlich müsste ich alle ausgeschaltet haben. Jenny, ich schicke euch etwas Fleisch, Grapefruit und Kartoffeln, die ich gerade bekommen habe. Sie waren beeindruckt davon, wie viele Streuner ich geschnappt habe. Und sie wollten mich belohnen. Wir haben die erste, die beste Ernte, seit wir uns hier niedergelassen haben. Bitte sorgt dafür, dass meine Mutter die fettigen Stücke bekommt. Sie hat neulich viel zu dünn ausgesehen. Pat. Dann krieg ich hier noch so viel. Das gefällt mir gar nicht. Es steht noch ne Schlacht bevor, oder was? Erstmal nachladen hier. Hier auch einmal nachladen. Oh, hier können wir auch noch nachladen. Okay. Hier wahrscheinlich auch. Dann hier auch einmal nachladen. Da ist das runde Gebäude. Wahrscheinlich den, den wir getötet haben, war einer der Oberbefehlzahberen, oder? Da. War ja klar, dass es noch nicht zu Ende ist. Ich versuche mein Assassinen-Glück. Verdammt. Boah, das ist fies. Jawohl. Huch. Jawohl. Jawohl. Das sind aber noch viele. Ja, Bruder, dein Kollege ist tot. Und der nächste ist tot. Und jetzt sind wir entdeckt worden, oder? Auf Wiedersehen. Eins, zwei Drei Wie hat die mich denn... Oh Wollte gerade sagen, wie hat die mich denn getroffen, aber Verdammt Bastards Und Leute Hätet ihr mich einfach nur durchgelassen Dann werdet ihr jetzt alle noch am Leben Wobei, eigentlich haben sie es verdient Weil Sie fangen andere Menschen, lassen so lange arbeiten Also wie im alten Ja gut, wie im alten Ägypten halt früher Aber Die haben auch als Sklaven gefangen Und dann ja Zur Tode arbeiten lassen Damals gab es noch keine Arbeitsrechte Okay Dann würde ich einfach mal sagen, setzen wir hier eine Cut Ich danke euch fürs Reinschalten Ihr könnt gerne ein Abo Und dann komm es da lassen Wir sehen uns im nächsten Part von The Last of Us 2 wieder Bis dann Bis dann